Willkommen zu Notruf Feuerwehr Simulation Teil 2 und nicht um keine weiteren Folgen von Notruf Teil 2 zu verpassen. Ich werde mich auch über ein Like freuen. Machen wir weiter. Warten wir jetzt auf den nächsten Einsatz. In der letzten Folge hatten wir einen Containerbrand, was jetzt wird. 24, TLF 1, DLK 1, RTW 1, Ebertstraße. Das neue Appetit hat nix. Jetzt noch komisch ja. Ansagen. Die anderen Tore sind auch nicht auf. Jetzt erstmal den großen Einsatz machen. Mal gucken, ob es ein Neueinsatz ist. Keine Infos. Da wird immer mehr gebaut. Da war auch vorher nix. Da wird immer weiter gebaut. Großbrand. Mal gucken, was brennt denn da. Das ist immer Brand. Ich denke, es ist ein Brand. Ich bin... Das brennt. Das brennt. Ich habe noch ein Neueinsatz. Neueinsatz. Schnellner. doch 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 und spielung einmal absitzen so da kann es auch einmal absitzen wenn die drehleiter nicht umpacken die sind weg und die einsätze sind auch weg schnell löschen schnell angriff wie schnell es brennt schnell löschen und die nicht ganz außer brennen lassen wir stehen doch schon bereit tanklöch fahrzeug du musst einmal schnell angriff absitzen absitzen ich habe gesagt absitzen so eh ich habe es ich habe Ich sage ein Steingriff, Signal, Wasserversorgung, Ausgang. Ich sage, umso schnell, umso besser. Das ist mir, du sollst es auch absperren. Gut, wenn ich die Uhr immer abkomme, würde ich mal schnell den Griff nehmen. Und dann, so, nee, nee. Okay. Ich gucke mal selbst. Das muss ich dann löschen. Komisch. Lösche ich so schnell. So. Gut. Ein Problem. Der Problem. Ja, ja. Du wirst gerne hier löschen. Mal löschen. So. Mal eine andere Ansicht. Bist. Ich komme noch mehr. und wollen nicht löschen vorher was besser Ich weiße, dass ich das mal. Ich weiße, dass ich das mal wieder auf dem Mikrofon kritisieren kann. Ich weiße, dass ich das mal wieder auf der Ebene verabschiede war. Ich weiße, dass ich das mal wieder auf dem Mikrofon kritisieren kann. Kannst du auch gelöscht werden in den Schrank? So und hier ist und um es ist wieder drin so 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 ja feuer gelöscht war ja wohl noch nicht gelöscht jetzt feuer gelöscht nein noch hier ja Wo brennt es denn noch? Das ist ja nix! Jetzt! Wer ist denn der Einsatzzeit, oder? Guck mal! Wo ist denn der Raummänner? Da! Ruhig mal selbst, wo ist es? Schnellen Griff! Steht hoch! Er hat auch seine Anweisung! Ah! Ein Mess! Zweit mal eins! Printen hier noch was! Hier gibt's doch, oder? So! Nämlich einen anderen! Geht ganz einfach! Der Einsatz hat ein paar Probleme! So! Öffnen! Wo war's nochmal? Wo war's nochmal? Irgendwas! Ob das mein Gerüst? Das war kein Gerüstwagen! Hier war's! Mein Tf war's! Da! Da! Da brennt! Da brennt! Hier kommen keine Autos! Das war's! Nur ein Klot! Waaah! Gut! Gut! Schnellen! Waaah! Ja! Es ist hier! Das Das! 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 hier ist noch was geht auf der Einsatz ich könnte es zusammenpacken macht auch Sport Martin Lüfter können wir noch probieren nee dann geht einfach nicht der Einsatz kann man nichts tun, da packt man einfach nur zusammen warte, warte, warte Tankdurchfahrzeugen nein, wir brauchen nicht noch abrücken du könntest zusammenpacken so dann mach ich das wir könnten es nochmal mit dem Tankdurchfahrzeug probieren okay 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 das ist was ich die pumpe warte so alles zu die haben problem das geht nicht das war alles zurückgepackt verschließen ist das problem das oben das problem hoch der größte einsatz geht nicht warte malz wasser schließt kommt einfach nicht nach der grünen ist dann nicht lang schließen jetzt zugemacht jetzt jetzt es geht nicht dann kommen die einsatz nicht für dich machen nur meiner guten ist dann gemacht wenn es nicht geht die fahrer auf 4 woanders noch mal da das war das Problem wo war es noch mal da kann man nicht liegen lassen, doch da können wir fahren kann es auch abrücken das rw ist auch schon wache vorerst gelöscht so geht es zur Woche da steht schon wohnungsbrennt neue räume zugekommen das sind nur Sportraum was weit weg fangen jetzt noch mal zur Wache zurück ja und das war es diese Folge bis zu den nächsten Folgen von Notruf bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020